Vor vielen Jahren hatte ich bei einer Bank 1,2 Millionen Euro Schulden. Die konnte ich mit einer Vergleichssumme von 25.000 Euro aus der Welt schaffen. Natürlich haben sich die Banker nicht so ohne weiteres auf mickerige 2% Rückzahlungssumme zufrieden gegeben. Vorher haben sie einen ums andere Mal versucht, mir durch gerichtliche Fendungsversuche beizukommen. Dass meine Gegner jedes Mal vollkommen leer ausgingen, habe ich einer unterschätzten Gesellschaftsform zu verdanken. Der GbR, der Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Ich hatte rechtzeitig all mein Hab und Gut mit diesem Schutzpanzer versehen. Und diese GbR erwies sich selbst für die Geldeintreiber von der Bank als absolut unbezwingbar. Wollen auch Sie solch einen sicheren Schutzwall für Ihre Vermögen? Dann lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Vermögenssicherung durch GbR-Vertrag. Entdecken Sie, wie Sie mithilfe einer GbR alles, was Ihnen lieb und teuer ist, vor dem Zugriff anderer Bomben festschützt. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgsonline.de oder bei YouTube unterhalb dieses Videos ist der Link dorthin. Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Bis zum nächsten Mal. Betran. Lass uns. Jetzt sind wir kleinen R15. Und das warамиarsi東 Wiláis. Wir